Heya zusammen und willkommen zu einer neuen Aufnahme, ja Aufnahme von der Season, ja ich werde jetzt mal hier schön kaputt geboxt von hier Julian und So, was machen wir denn heute Julian? Sollen wir das Special verraten oder erst wenn man es sieht? Was für ein Special? Das Special? Ja äh, warte Ich schreibe es mir für nicht! Oh Mann ey! Ach so, was vielleicht merken sie es ja? Ja vielleicht, ich war ja gerade auch in Risk, ich habe fast was angeguckt Nein! Also ich habe hier jetzt den Serious Shade drin, vor allem die es wissen wollen Herzlich! Ich zeige ihm nochmal welchen Shade ich drin habe, äh da muss ich hin, dann hier, kann man schön sehen Ich habe den deine Mutter Shader drin, ja dann habe ich klar und dann hier, zurück zum Spiel Jonas, hör auf! Jonas, mach die Wacke wieder hin! Ich habe jetzt nochmal ein neues Equipment, hier habe ich eine ganze Eisenrüstung, hier ja, dann mein Bog, habe ich umgenannt, mein Bog Und ich hatte euch, also ich hatte euch eigentlich mehr oder weniger vor, nur Farmen zu gehen, weil ich zu wenig Dias habe, oder ja, gar keine Und ja, was ihr macht, ist mir scheißegal Ey, du bist doch bei uns in der Stadt Ich klaut deine Dias Ey, du weißt, wie viel Dias Dressier hat? Nein, weiß ich nicht Ich will doch meine eigenen, ich will endlich verzaubern, hallo? Hör auf! Äh! Geh weg! Ich habe nicht verklagt, boh! Ey, das Haus hat oben kein Dach Juck mich doch nicht Ich komm wieder hoch Alle, die wissen wollen, was das hier ist, äh, ja Jonas, kannst du ja mal erklären Was denn? Ja, was das hier hässlich ist Das ist nicht hässlich Was denn? Das ist dein, das ist dein Kackhaus Mein Haus Das hat niemanden Boden Ja, das will ich ja jetzt machen Ah! Ah! Juli, ich hab dir immer noch erzählt von den komischen Stimmen, wo ich in Minecraft gehört habe, ne? Was für komische Stimmen? Ich hab dir immer noch gesagt, dass die komische Stimmen in Minecraft gehört, so ganz komische Nein! Echt nicht Nein! Egal, ich hab so komische Stimmen in Minecraft, das ist, das ist von den Drecks Texture Pack Ja Ja, ne? Hätt ich dir Clay sagen können Öffel... Ich will mal sehen, mal, wie es heißt Ulfelcraft oder wie das Ding heißt Nein, heißt es nicht Wie denn? Ulfelcraft Hast du es falsch ausgebrochen Ehh, warte mal Was heißt... Ehh... Texture Pack of Afrikaans Scheiße Ein Ne, warte Taal, nein, Tal Pharaoh ich nimm jetzt mal ein Queering mit Ja, ich weiß ich hab's er hat uns das Jahr so nicht mieser oder feld voll feld und ich bin noch einen kuringssaat nämlich auch noch mit ich ich immer mal klar die klar die er geht klar weißt du wie man Schafe einsammelt Schafe einsammelt also mit war mit welchen mit mit Weizen oder mit Samen mit Weizen Samen macht man Hühner okay dann geh ich mal Schafe suchen ich weiß aber nicht wo das war wo war das ich brauch Fackeln ich hab nur 16 Stück aha Opfer ich hab minus 18 so nach alle die sich fragen ich weiß nicht ob ich das jetzt in der doch das war noch in der letzten Folge das hat nicht funktioniert werde ich wieder abbauen da wo der liebe Penny einfach mal offline gegangen ist weil er keinen Bock mehr hat wo bin ich aufnahmen habe keine Bock mehr gehabt da wo Dressi nach zwei Minuten Aufnahme offline musste ach das ist ja was ja 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 ich mach einfach mal ich hab ne ich hab nachgeguckt zwölf Minuten lang ja habe ich einfach alleine gemacht bis ich geblickt habe dass du weg bist das heißt jetzt das heißt ja 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 ich bin ich bin ich mach es mal Steenkohle jetzt soll man ja wenn ich den Steenkohle Steenkohl Block den Kohle Steenkohl Block mach jetzt einfach mal so unverschämt wie ich bin mach jetzt einfach mal so unverschämt wie ich bin ich brauch nicht schlafen ja ich hab Behnmehl Behnmehl? Behnmehl? ja Behnmehl Behnmehl ist gut braucht man immer ja also wir haben uns hier vor der Aufnahme richtig den Arsch abgelassen nein ich glaub wir werden jetzt in jeder Aufnahme werden wir mal die Language switchen ja ich bin kümmer afrikanisch oder was das auch immer ist afrikaans es ist afrikaans ist wahrscheinlich irgendeine erfundene Sprache von Minecraft ich guck mal was gibt's denn noch so Dansk geht bestimmt auch leicht es gibt auch Piratespeak mhm ja dies entgült da gibt's einfach alles ich würde sagen wir nehmen wir nehmen da echt bei jeder anderen vollgenehm oder bei jeder anderen Aufnahmeser ich nehme immer eine andere Sprache ja würde ich auch jetzt muss man auf klar drücken klar geht geht klar ja klar der Teruk na dies b also wir verbrauchen soviel Essen nein du kommst du da drauf und ich weiß nicht mehr wo ich die Schafe gefunden hab boah ich bin grad so eine Dreckspinne erschrocken ey der knocht doch ran zu kli der Baum liegen hier na ist egal Lava ich wäre schon wieder was reingelaufen Lava kein Lava wäre ich fast reingelaufen und Juli diesmal war ich ein wenig weiter weg als ein Block ja alles klar hast du auf mich gehört ja ich war zwei Blöcke weg Lava Gendrix Zombie also ich kenne niemand der direkt vorne am Stein meint ja doch hab ich mal abgemacht geil ja du ach du scheiße und da bin die Lava gefallen ich bin 500 Meter von dem scheiß Stall entfernt ich brauche mir Wüste juckt mich nicht oh oh nein Minecraft nicht abstürzen oh ja Minecraft abstürzen nein weil ich bin grad ins Wasser gesprungen und ihr erkennt ja mein schönes Minecraft-erstürzen wenn ich ins Wasser geh ab echt geil das denkt sich fuck you bitch ja sowas ja sowas denkt sich äh hier ist ein Minecraft hier sind Schafe ich hab das gar nicht gehört hier sind Schafe jetzt bin ich 600 Meter von dem scheiß Stall entfernt ey leckt mir die Eier oh so weit mach dir halt so ein so eine Leine Scheiße stimmt oh man ich brauche mehrere Schafe ja kannst ja ich glaub irgendwie 6 Schafe oder sowas kannst dann glaub ich an ein Ding ran tun ja sag mir das doch früher er frag hat mich was echt geht es ja du kannst mehrere Viecher an ein Ding ran hängen warte ich höre noch oder ne du musst ja wie war das ich glaub du musst einfach ne du musst für jedes eine Leine haben ja aber du kannst dann eben dann mehrere dann rum äh mit dir rumrennen lassen rumziehen ja sogar wenn du fliegst fliegen die mit mir fliegen die mit dir mit nur irgendwann reißt das alle dem ab und die äh Viecher fliegen weg ja he he pst dann sterben sie immer jämmerlich ja he he hast du doch gar nicht ausprobiert ne nö nein tschüss Schafe nö ich hab jetzt ich hab jetzt Sandsteen Sandsteen ich hab jetzt ich hab jetzt ganz viel Sternengruiz was ist denn das was ist denn das ja keine Ahnung da lass die Cobblestone ist glaub ich auch Cobblestone oh god die Tasten zu lange gedrückt ja das wird jetzt ne schöne Heimreise da 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 na 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 mach jetzt da echt ohne Leine ja oh man nö zäunte die vies ich mach kurz eine und ja ich mache mir ein webb dir hier drüber wo ich bin er sagt er soll in die schon die vierer im schnell einer wird zu leben bis jonas da ist du hong ich hab nicht mehr zahlen aber ich hab gar nichts dabei und mann dass ich habe blöcke dabei toll und hätten jetzt probieren jonas bis 6 der klären hast du hast du eine mini-map anne wird wie kraft immer eine leine mit slime balls haben wir es lang ich glaube nicht naja gut dann muss ich auch nicht gehen toll jetzt habe ich nur noch ein scharf was ist überhaupt schafe für unser haus der war so wegen den unsere wände gegen wenn denn es ernein er mich verbaut ich muss meine dinge höchstelle Prozent Prozent mausempfindlichkeit beschleunter mausempfindlichkeit um da einfach mal auf 150 habe ich auch klar 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 ich habe die auf 150 klar klar ah meine stellen juckt ja nur noch 500 meter ja redstone redstone redstone